Was mache ich denn? Hoffnungsloser Fall. Ist das zu hoch? Nee, ist nicht zu hoch. Ja, aber zu wenig. Nicht zu hoch, aber zu wenig. So, machen wir nochmal ein 64. 64, ich habe es heute mit irgendeinem, keine Ahnung, was das für ein Dialekt sein soll, aber mit diesem Dialekt habe ich es heute. So. Ich würde sogar sagen, ich mache das nur einen breit. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache, aber ich habe schon so eine grobe Vorstellung, dass ich es mache. So, 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 ja, eigentlich brauche ich jetzt noch, mal gucken, wie das aussieht. Wir wollen ja auch was Schönes bauen. Sieht das aus. Ja, eigentlich kann man das so anbieten, oder? Ja, ich würde sagen, eventuell kann man ja so... Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Nee, komm, lass mal. Sieht zwar neckig aus, aber... ich würde sogar noch weiter gehen und sagen wir machen hier weg wir haben ja wir haben hier ja noch zauber das ist auch eine gewisse muss es auch alles eine gewisse höhe haben weil so ein stoß man hier oben ja das köpfchen ja nicht unbedingt schlecht da wird unser holz aber gleich auch schon wieder knapp ich weiß nicht ob wir drüben im anderen haus noch was haben kann man gleich mal gucken bin ich mir jetzt gerade nicht sicher wir machen uns erst mal ein dach über den kopf und dann sind wir erst mal safe warum habe ich nicht da ich steckt sich das nicht mehr kann es sein dass ich das nicht mehr richtig steckt ich kriege warum warum tust du mir das an du holst du was war das hallo dude komm rein komm rein komm rein digger ja hallo Mr. Skeleton ich wollte sagen willkommen heiß hin in die Wohnung von Misch hätten sie garantiert Plätzchen und Kaffee oder nur Kaffee ich weiß nicht was Minecraft so alles hat so ach ja stimmt das wollte ich auch mal hatte ich das schon mal erwähnt ich habe nämlich ich habe gehört ich dachte gehört zu haben das sagen dass andere tun was ich machen nee also ich habe gehört ich habe mich noch nicht erkundigt ob das stimmt dass Minecraft ab 1.4 update Kartoffeln und Karotten einführen möchte ganz ehrlich da habe ich ja richtig lust drauf also Kartoffelfelder und Karottenfelder noch extra so anbauen da habe ich richtig lust zu total lustvoll bin ich da lustvoll jetzt hängen wir mal noch ordentlich Fackeln auf sieht er hier nicht aus sieht alles wie bei 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 Hempels und Dormsölfe wo man wieder bei den bearteten Hempels werden die kein Mensch kennt aber sie existieren wenn jemand Hempel heißt bitte nicht persönlich nehmen das sollte nur ein Scherz sein ne komm hier da nicht hier so dann machen wir hier ein und da ein da ein hin da zwei hin sieht gut aus wie viel haben wir denn jetzt noch nicht mehr allzu viel ich vermisse ja ehrlich gesagt den guten Dave so ein bisschen ja auch der gute Dave wer den Dave kennt ist mit als Zombie im Textshop mit drin allerdings sehe ich ihn nicht was war das na komm boom ouch in your face mein Pfeil oh das ist das hier Armada oder was na wo bleibt ihr da ist er eigentlich können wir uns ja hier herstellen und gucken wie die alle verbrennen dann esse ich schnell mal noch ein paar Brote wir müssen nämlich wieder Holz fällen jetzt da kommen wir ja aus der sicherheit heraus den creeper töten du wirst sterben du wirst sterben mit meinem Bogenschuss ace Kick das geht auch da es geht auch geeignet mit dem ich Princeton auch aber mit dem du ich Alter, was hat denn der da reingerissen, ey? Oh, hier! Kannst mal fett sterben gehen. Ja, nicht nur so ein bisschen sterben gehen, fett sterben gehen, du genauso. Ihr grünen Ausgeburten der Hölle. La, 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 Creeper, 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 Creeper. Wow, da ist was. War klar, war klar, dass du wieder hier bist.